Hallo ihr Lieben, in diesem Video zeige ich dir heute, wie du diese super tollen Baguettes machen kannst in nur ganz kurzen Schritten. Und sie sind unglaublich gut geworden. So, wir benötigen dafür Sauerteig, der natürlich gut aufgefrischt worden ist, und Wasser. Und das Ganze wird dann gut umgerührt. Also es muss sich nicht komplett auflösen, aber zum Großteil sollte sich das aufgelöst haben. Und das Ganze wird dann gut umgerührt. Dann kommt Trockenhefe hinzu, ein Päckchen. Du kannst aber anstatt ein Päckchen Trockenhefe auch 10 Gramm Frischhefe benutzen. Das habe ich auch schon ausprobiert. Das ergibt dann dasselbe Ergebnis. Dann brauchst du noch ein Teelöffel Honig. Und das Ganze wird dann schön umgerührt, bis sich die Hefe gut mit allem vermischt hat. So wie ich das jetzt gerade mache. Und alle Mengenangaben schreibe ich dir wie immer unten in die Beschreibung. So, das Ganze wird dann gut umgerührt. So muss es dann ungefähr ausschauen. Dann kommt in eine große Schüssel das Mehl. Und die Hefe-Sauerteig-Mischung. Bei dem Teig ist es so, dass er sehr klebrig ist, aber man kann damit arbeiten und am Ende ist auch die Klebestruktur des Teigs nicht so stark wie am Anfang. Also nicht abstrecken lassen. Es ist wirklich wunderbar. Das Ganze wird dann mit der Hand gut umgerührt. So ein bisschen. Dann kommt noch Salz am Ende hinzu. Und das Ganze wird dann nochmal gut durchgeknetet. Das dauert auch nicht lange. Also um die paar Minuten. Der Teig muss auch nicht komplett geknetet werden. Also ich habe es jetzt hier so gemacht. Aber man muss es nicht machen, weil wir ja später noch den Teig dreimal dehnen und falten. So schaut das Ganze dann aus. 30 Minuten später werden dann die Hande feucht gemacht. Und der Teig wird einmal gedehnt und gefalten. So wie ich das jetzt gerade mache. Hier sieht man auch, dass der Teig noch relativ sehr klebrig ist. Aber das wird sich dann durch dreimaliges Dehnen und Falten wird sich das ändern. Also gedehnt wird, bis der Teig sich halt nicht mehr falten lässt. Dann sollte man aufhören. Dann kommt ein Deckel drauf und wartet 30 Minuten. Nach 30 Minuten macht man wieder seine Hände feucht. Und das Ganze wird dann nochmal gedehnt und gefalten. Und man erkennt auch jetzt schon, dass der Teig fast schon kaum noch klebrig ist. Also teilweise. Und da wird nochmal gedehnt und gefalten, bis es halt gar nicht mehr geht. Das Dehnen und Falten ist auch sehr, sehr wichtig. Es hat den Vorteil, dass sich diese Glutenstruktur im Teig besser entwickelt. Und der Teig geht auch im Backofen viel, viel besser auf, weil man ihn ja straff und wirkt. Also fleißig dehnen und falten. So schaut das Ganze aus. Das Ganze wird dann nochmal gut abgedeckt und ruht dann nochmal für 30 Minuten. Danach wird der Teig zum letzten Mal gedehnt und gefalten. Wenn du das erledigt hast, ruht der Teig nochmal 30 Minuten. Wenn die 30 Minuten vorüber ist, wird der Backofen auf 250 Grad Ober- und Unterhitze vorgeheizt. Du benötigst ein Pizzastahl oder Pizzastein, eine Schüssel mit kleinen Steinen, wie ich es habe, oder Lavasteine. Der Backofen muss auch mindestens eine Stunde vorgeheizt werden. Das ist ganz wichtig, damit die Hitze wirklich die perfekte Temperatur hat. Und der Pizzastein muss auch mindestens eine Stunde vorgeheizt werden, damit du auch unten dasselbe Ergebnis hast. Danach wird dann natürlich der Teig auf die Arbeitsfläche gestürzt und das Ganze wird dann in drei geteilt. Also die Teigstücke haben ungefähr um die 310-320 Gramm Gewicht. und das Ganze wird dann in drei geteilt. Wenn das dann erledigt ist, dann wird nochmal der Teig auf eine ganz bestimmte Art gefalten. Und zwar habe ich das jetzt auch komplett aufgenommen, damit man das auch sieht. Leicht angedrückt, die Luft muss drinnen bleiben und es wird immer so gezogen und gedrückt. Und dann wird das Ganze zur Seite gestellt. Und dann wieder leicht ziehen und drücken. Nicht zu viel Druck ausüben, ansonsten drückt ihr die Luft ein bisschen aus dem Teig raus. Und das Ganze wird dann zur Seite gestellt. Und bei dem dritten natürlich auch nochmal leicht ziehen und drücken. Und wenn das dann erledigt hast, ruht das Ganze wieder für 30 Minuten. Genau, gut einmehlen ist auch ganz wichtig. Ansonsten klebt das. Ich habe jetzt hier kein Küchentuch benutzt oder mein Leinentuch. Aber das könnt ihr natürlich tun. Ich habe es jetzt einfach auf der Arbeitsfläche gelassen mit Klarsichtfolie abgedeckt. Das hat vollkommen gereicht. Das Ganze bleibt dann für 30 Minuten, wie gesagt, stehen. So, nach 30 Minuten benötigst du entweder ein Bäckertuch oder ein ganz normales Küchentuch würde auch gehen. Aber es sollte groß sein. Das ist wichtig. Und dann werden die Baguettes nochmal in Form gebracht. Also das ist zum Beispiel der Schritt, der ist auch ganz wichtig, damit du auch exakt das Ergebnis bekommst. Das Ganze wird dann so gefalten, wie ich es jetzt gerade mache. Also von oben wird es in die Mitte gedrückt. Auch immer wieder leicht drücken, damit die Luft im Teig bleibt. Und unten auch dasselbe nochmal. Und dann wird es gleich, also nochmal gut bemehlen, falls es kleben sollte. Jetzt dann so runter gedrückt, damit exakt eine Naht entsteht. Hier habe ich einen kleinen Fehler gemacht. Ich habe ein bisschen zu viel Mehl benutzt, weil ich am, also jetzt sieht man es auch, ich kann es nicht richtig ausrollen. Und das letzte Mal, wenn ich es dann mache, da sieht man es dann richtig gut, wie man es eigentlich machen sollte. Die Baguettes dürfte ich auch nicht zu lang machen, weil dann passt es auch nicht in den Backofen. Wie gesagt, also da war es ein bisschen zu lang, aber man kann sie dann nochmal so ein bisschen andrücken, damit sie dann ein bisschen kleiner werden. Hier dann nochmal also Mehl ein bisschen weg machen. Wieder in die Mitte schlagen das Ganze. Dann wird das Ganze wieder so angedrückt, sodass wieder eine Naht entsteht. Man sieht hier auch, also ich habe da ein bisschen zu viel Mehl, deswegen kann ich sie nicht richtig ausrollen. Wie gesagt, jetzt beim letzten ist es wirklich perfekt geworden. Also falls ihr das zu Hause nachmachen wollt, sollte es exakt genau so gemacht werden. So ist es am besten und am einfachsten. Leicht andrücken, von oben ziehen. Umdrehen und wieder in die Mitte drücken. Und dann einfach so runterdrücken. So habt ihr dasselbe Ergebnis. Und die Arbeitsfläche hat auch nicht mehr so viel Mehl und man kann sie super ausrollen. So sollte es eigentlich sein. So, das Ganze wird dann auf das Leintuch, also dieses Bäckertuch, gelegt. Genau, die Naht sollte nochmal gut angedrückt werden. Das Ganze kommt dann auf das Tuch gleich. Mit der Naht nach unten. Und dann zieht ihr das Tuch so an, dass die Baguettes nicht aneinander haften. Das heißt, die gehen auch nach oben auf und laufen nicht irgendwie breit aus. Und auf das kommt dann Klarsichtfolie gleich. So schaut das Ganze aus. Mit Klarsichtsfolie abdecken. Und das Ganze bleibt nochmal für circa 30 Minuten stehen. Nach den 30 Minuten solltest du merken, dass sich keine Haut gebildet hat. Also es ist leicht angetrocknet. Dann solltest du es nochmal für 10 Minuten circa stehen lassen, damit du das Ganze viel, viel besser einschneiden kannst. Also bei mir war es jetzt nicht der Fall. Da war die Haut leicht ist angetrocknet. Und man konnte es gut einschneiden. Falls dir das Video bis hierhin gefallen hat, dann vergiss mir nicht, einen Daumen nach oben da zu lassen. So, das Ganze wird dann so eingeschnitten. Am besten seitlich, nicht von oben. Das hat den Vorteil, dass es im Backofen viel, viel besser aufreißt. Und das Ganze wandert jetzt gleich in den Backofen. Also am besten wäre, wenn du auch so ein großes Blech hättest, wo du dann vorsichtig die Baguettes in das Backofen schieben kannst, wie ich. Und dann brauchst du natürlich Wasser. Ich habe hier so eine 25 Milliliter Spritze gehabt. Und das Ganze backt dann für circa 20 Minuten. Und so schaut das Ergebnis aus. Die Baguettes sind unglaublich knusprig geworden und haben eine richtig schöne Farbe bekommen. Und sehen auch von innen richtig toll aus. Und geschmacklich sind sie wirklich richtig gut geworden. Falls dir das Video gefallen hat, dann vergiss mir nicht, einen Daumen da zu lassen. Und falls du neu auf meinem Kanal bist, dann noch ein Abo da lassen, damit du natürlich keine Rezepte mehr verpasst von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.